In einem Interview mit der Deutschen Wochenzeitung Die Zeit hat Papst Franziskus die Debatte um den Zölibat neu entfacht. Konkret geht es dabei um die Möglichkeit, sogenannten Viri Probati, also verheirateten Männern, meist im fortgeschrittenen Alter, die ein nach katholischen Maßstäben vorbildliches Leben führen, den Zugang zur Priesterweihe zu ermöglichen. Man müsste darüber nachdenken, ob solche Viri Probati bestimmte Aufgaben übernehmen könnten, etwa in weitentlegenen Gemeinden, sagte der Papst in dem Interview. Eine freiwillige Ehelosigkeit für alle Priester sei aber keine Lösung, betonte Franziskus. Hintergrund des Themas ist der weltweite Priestermangel. Angeheizt wird die Debatte um den Zölibat, aber auch von den weltweiten Missbrauchsskandalen.